Am 12. März 1945 spielten sich in Gesäke dramatische Szenen ab. Von Süden kommend hatten britische Bomber wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkrieges zu einem erneuten Angriff auf die Hellwegstadt angesetzt. Dabei nahm man einen vollbesetzten Duisburger Flüchtlingszug im Gesäker Bahnhof ins Visier und man hatte leider Erfolg. Auf dem Gedenkstein auf dem städtischen Friedhof Gesäke heißt es. Leben wir oder sterben wir? Wir sind des Herrn. So ruhen hier Duisburger Evakuierte. Getroffen von Bomben am 12. März 1945. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020